Energiepartnerschaft mit Frankreich. Saarland-Pipeline bringt Gas aus Frankreich nach Deutschland. Frankreich unterstützt Deutschland in der Gasversorgung. Die Energiekrise in Deutschland hat die Regierung dazu veranlasst, nach Alternativen zu russischem Gas Ausschau zu halten. Zu diesem Zweck hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Grünen unter anderem Reisen in die Vereinigten Arabischen Emirate unternommen oder den Bau von Flüssiggasterminals beschleunigt. Als weitere Maßnahme zur Vermeidung von Versorgungsengpässen wurde mit Oktober eine Energiepartnerschaft mit Frankreich verkündet. Das deutsche Nachbarland wird in Zukunft Gas nach Deutschland liefern, um während der Heizperiode dafür zu sorgen, dass der Inhalt der Gasspeicher weniger schnell sinkt. Die ersten Lieferungen nach Deutschland sollen bereits begonnen haben. Deutschland revanchiert sich mit der Belieferung von Strom. Während Deutschland während der aktuellen Energiekrise in erster Linie Erdgas fehlt, hat sich in Frankreich ein Problem mit der zuverlässigen Belieferung mit Strom herausgestellt. Die geplante Inbetriebnahme weiterer Kraftwerke droht an Streiks zu scheitern und in Frankreich ist daher eine sichere Versorgung mit dem Strom über den Zeitraum der Wintermonate keineswegs gewährleistet. Aus diesem Grund hat sich Deutschland im Gegenzug dazu entschlossen, Strom an Frankreich zu liefern. Diese gegenseitige Solidarität soll auch ein Zeichen setzen, dass die aktuelle Krise in Europa kein Grund ist einzuknicken und die Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland aufzukündigen. Pipelines innerhalb Europas erleichtern die gegenseitige Solidarität. Das Stromnetz in Europa ist schon seit vielen Jahren miteinander vernetzt. Müssen Atomkraftwerke oder andere stromerzeugende Anlagen aufgrund von Wartungsarbeiten vom Netz genommen werden, springen häufig Nachbarländer ein, um die Versorgung zu gewährleisten. Dieser Aufbau des Netzes kommt Frankreich in der aktuellen Situation sehr gelegen. Zusätzlich befinden sich auch zwischen Deutschland und Frankreich Pipelines im Saarland, mit denen Gas an Frankreich weitergeleitet wird. In der neuen Energiepartnerschaft mit Frankreich werden diese Leitungen in umgekehrter Weise genutzt, um Erdgas wieder zurück nach Deutschland fließen zu lassen. Vielen Dank, dass Sie reingeschaltet haben. Wir bleiben am Ball für Sie. Über ein Like, ein Kommentar und ein Abo. Ein Abo ist kostenlos, würde ich mich sehr freuen. Ja, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.